Ja, jetzt ist es so langsam mal der Abschluss, direkt am Terminal, alles ganz gut abgesehert. Werfen wir doch mal einen Blick durch die Fenster von hier aus. So, jetzt ist es ein Blick auf den Weg. Es ist ein bisschen zu verabschieden, aber es ist ein bisschen zu verabschieden.